Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir gedacht, ich habe gerade so ein tolles Buch beendet und ich habe auch bei Instagram schon fleißig darüber geschwärmt, wie lustig es doch ist, dass ich euch einfach heute mal eine Rezension darüber abdrehe, weil ich es euch wirklich sehr, 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 sehr gerne ans Herz legen würde. Und zwar spreche ich von Tinderella von Rosie Edwards. Ich möchte es jetzt nicht beschwören, aber unsere Protagonistin heißt Rosie. Eventuell hat das die Autorin auch aus ihrem eigenen Leben geschrieben. Ich möchte es nicht. Auf jeden Fall, Tinderella, Geschichten aus dem Single-Land, ist meiner Meinung nach wirklich den Kauf wert. Ich habe es bei Momox oder Rebuy gekauft. Ich kann es euch nicht mehr sagen. Ich verlinke euch auf jeden Fall das Video vom Unpacking mal hier oben. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Kauf es dabei war, obwohl ich in der letzten Zeit ja wirklich schon sehr, sehr langsam gemacht habe und mir gesagt habe, du baust jetzt erstmal deinen Sub ab, bevor du jetzt noch tausend weitere Bücher kaufst, weil irgendwann ist das Regal auch voll. Ihr habt ja meine Bookshelf-Tour wahrscheinlich gesehen. So viel Platz ist da nicht mehr und da muss einfach entweder ab und an ausgemistet werden oder der Sub abgebaut werden und dann ausgemistet oder aussortiert werden oder es muss halt einfach weniger gekauft werden. Ich habe mich jetzt für letzteres entschieden. Auf jeden Fall ist das Buch im Goldman Verlag erschienen und kostet offiziell 9,99 Euro. Ich habe es, wie gesagt, von einem gebrauchtbaren Laden erstanden und ich weiß nicht mehr, was ich bezahlt habe. In einem anderen Video seht ihr es ja, da verlinke ich euch ja immer die Preise oder schreibe euch die Preise dazu, die ich bezahlt habe. Fassen wir mal kurz zusammen, um was es geht. Wir begleiten Rosie auf ihrem Weg zum Boyfriend, sage ich einfach mal so. Sie hat eigentlich seit ihrer letzten Trennung von Charlie, der sie ganz, ganz böse verlassen hat, gar kein Interesse mehr an Männern gehabt. Aber irgendwie ändert sich das schlagartig, als eine Freundin ihr nach einem miesen Date einfach vorschlägt, melde dich bei Tinder an, da gibt es Männer in Massen und es ist wie Shopping nur für Männer. gesagt, getan, sie meldet sich an und hat ein lustiges Date nach dem anderen. Also sie lernt wirklich so viel merkwürdige Typen kennen. Ich meine, ich war jahrelang nicht Single, ich habe die Tinder-Erfahrung eigentlich nie gemacht und ich weiß auch nicht genau, wie es auf dem Dating-Markt heutzutage so zugeht. Ist für mich jetzt aktuell auch Neuland, von daher, ich lasse es genau wie Rosie auf mich zukommen. Und ja, sie ist auf jeden Fall eine sehr, sehr lustige Person. Sie ist auch einfach so das Mädchen von nebenan. Sie ist kein Topmodel, sie ist ein ganz normales Mädchen. Und sie sucht von heute auf morgen wirklich die große Liebe oder die Liebe, obwohl sie eigentlich die ganze Zeit gesagt hat, sie möchte nicht mehr. Und die Jungs, die sind einfach so, so witzig. Der eine, mit dem, da musste ich wirklich gefühlt 10 Minuten am Stück lachen. Ich möchte euch jetzt nicht genau verraten, was da passiert ist, aber es war wirklich so eine massiv lustige Situation, wo ich mir dachte, ja gut, das hätte mir als Tollpatsch und Chaot genauso passieren können. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lustig. Und jeder, der es nicht gelesen hat, hat eigentlich eine gute Erfahrung im Leben verpasst. Also bitte, 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 wenn ihr es gelesen habt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt, ob ihr es zu unrealistisch empfunden habt, ob ihr es genauso lustig wie ich empfunden habt oder allgemein, was eure Meinung zu diesem Buch ist. Natürlich auch an die Vergebenen da draußen. Es ist auch für euch eine Erfahrung wert, einfach damit ihr sagen könnt, Gott sei Dank habe ich diesen Stress nicht mehr. Zwischendrin, ich muss mal gucken, ob ich gerade auf Annik was finde, ah, genau, sind hier auch so Sprechblasen abgebildet, die dann ihre Nachrichten an diverse Leute abbilden. Finde ich mal eine schöne Überraschung, dass es nicht einfach nur Text ist, sondern dass auch mal zwischendurch so zum Verschnaufen, zum Entlasten der angestrengten Augen auch mal sowas mit drin abgebildet ist. Hatte ich bisher in keinem Buch, glaube ich, aber hat mir sehr gut gefallen und auch der Schreibstil ist einfach sehr, sehr, sehr lustig. Sie schreibt einfach, wie die Leute frei von der Leber reden würden oder wie sie frei von der Leber reden würde und es ist einfach sehr angenehm zu lesen. Man ist so richtig im Leseflow drin. Ich finde, es war null anstrengend. Man hat einfach das flüssig weiterlesen können und ich dachte jedes Mal, wenn ich das Buch zugeklappt habe, weil ich dann müde war oder weil noch irgendein Termin anstand, jetzt warst du gerade so drin, es war gerade so lustig und jetzt musst du aufhören. Aber man soll ja bekanntlicherweise immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Deshalb beende ich damit mit diesem tollen, klugen Satz auch mein Video. Wie gesagt, ich lege es euch ans Herz, ich verlinke es euch unten in der Infobox, wo ihr es erwerben könnt. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen Morgentag, je nachdem wann ihr das Video schaut. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!